Warum müssen Sie eigentlich unseren Kanal RentenBescheid24 abonnieren? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Auf unserem YouTube-Kanal RentenBescheid24.de erklären die Rentenberater und Rechtsanwälte von RentenBescheid24.de alles oder vieles über die gesetzliche Rente. Warum sollten Sie daher unserem YouTube-Kanal eigentlich folgen, der sich mit Rentenfragen auseinandersetzt? Das Thema ist ja super komplex und für viele Leute auch völlig weit weg oder auch für die jungen Leute gerade unheimlich langweilig. Die haben gar keine Lust, keinen Bock sich mit dem Thema Rente auseinanderzusetzen. Das Problem ist aber, dass die gesetzliche Rente und die Absicherung im Alter doch nachher zum Schluss wirklich für die meisten sehr, sehr wichtig ist. Denn wir haben in Deutschland über 50 Millionen gesetzlich Rentenversicherte und ca. 25 Millionen Menschen davon beziehen eine gesetzliche Rente. Daher werden Sie sich oder du auch die Frage stellen müssen, bin ich überhaupt gesetzlich Rentenversichert? Wie hoch sind meine Rentenansprüche in der Zukunft? Reicht es aus, was ich dort angespart habe? Vielen Zeiten muss ich noch mehr tun, damit ich später sehr gut im Alter von meiner Rente leben kann oder auch im Krankheitsfall über die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert bin. Mit unseren Videos finden Sie schnell Antworten auf Ihre Fragen, wie die Rente berechnet wird und was zu tun ist, um Versorgungslücken zu schließen. In einfacher Sprache, wir vermeiden, wenn möglich, Juristendeutsch. Die meisten unserer Videos sind kurz. Komplexe Themen wie die Rentenberechnung oder Fragen zur Erwerbsminderungsrente haben wir für Sie heruntergebrochen, damit Sie verstehen, wie die gesetzliche Rente überhaupt funktioniert und welche Fallen und Tücken es im gesetzlichen Rentenrecht gibt. Bleiben Sie mit unserem Kanal immer auf dem neuesten Stand, was wichtige Urteile oder Gesetzesänderungen anbetrifft. Sie erfahren exklusiv aus erster Quelle sozusagen vieles aus der beruflichen Praxis von den Rentenberatern von rentenbescheid24.de. Neben unserem YouTube-Kanal stehen Ihnen auch noch Beiträge und unser Renten-ABC auf rentenbescheid24.de oder auf Facebook und Instagram zur Verfügung. Wir sehen uns bestimmt bald wieder in unserem nächsten Video. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Wir sehen unspl